ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ach ja, immer dieser Autosniper-Wichser, so eine Missgeburt Der Kalan ist auf jeden Fall eine gute AWP Warmen anziehen Natürlich face ich dich, du Opfer Hau rein, du Arsch Hauptsache erster Machen wir Ach komm, nee, oder? Doch, wir machen neuerdings immer ein Stray Day in der ersten Runde Ja, ich hab jetzt eine Smoke Und? Kannst du ja brauchen, für die Main Ja, ich smoke Main, falls ich es bis dahin überlebe Kannst noch mal die Smoke lernen, für die, für den Cat Kann ich Einer kommt Main rein, nicht blocken, ok ok Noch einer Main Einer muss mal Cat hoch gucken Ja, klar, Alter, du Hurensohn du verfickter Bastard Terrorist win Meine Zwei-Taste backt ein bisschen rum. Musch Öl, ich hab Olivenöl in meine W-Taste. Macht nix, Pistil braucht man nicht. Was machen wir? Ja, keine Ahnung. Ja, kaufen. Outside. Ja, mach mal. Hab halt kein Kevler. Outside. So, wer hat ne Smoke? Pisa hat ne Smoke. Ich hab immer ne Smoke, Leo. 8 auf Seite. Ich bin der Erste, der rennt. Ich werd sterben, ich geh wenns. Ich würd dann gern Instant On-Spot gehen. Party. Party is low. Ich brauch Backup. Lass mich krippieren, Alter. Ich hab eine HP. Ist nur noch eine, Alter. Moment. Man. Hauptsache Erste. Hauptsache nicht Letzte. Ey, zwei Assists. Da sag ich doch, die haben Angst vor Clan. Ein Bildung ist auch ne Bildung. Ja, es ist so. Und jetzt machen wir nochmal nen Outside. Outside again. Steven, unser Bot. Ich sollte mich echt mal irgendwie Bot Randy oder so nennen. Bots. Walls. Und jetzt. Und jetzt. Saved haben. Boah, wieviele Smokes. Jetzt sind 5 Smokes vor und wir haben wieder keine für On-Spot unten. Keine. Doch, wir haben nur einer. Ich hab nur einer. Einer Stairs? Nicht mehr. Alter, was ein schöner Headshot. Ich weiß. Ah, einer ist Türe beziehungsweise Fenster. Ja, ganz klar, Alter. Los. Hallo. Wir hören hinter Wenz. Ja. Einer von uns, der da auf Ramp brennt. Nö. Schau rein. And again Ja hey alter ich bin grad im ranked kommt kommt TS man Gute Nacht meld dich morgen Flash von CT Ich hör glas schlitt oah oah schock Einer dark 2 und ramp einer U-Bahn Aufgepasst hier eine flash rein Einer noch dark Die au Ja mich der wix ja Das war selten schlecht und noch ein Team-Hit Hast du gesehen oder? Ein schöner Headshot Habe ich mir verdient Cool bleiben Vor am Eingangstür Dafür war der schön Leo Ja Hab ich ihn wieder eingeholt Ich hab ihn doch schon gehabt den Huren so Schon in der Arbe Hast du dich gestern erst getötetet fast? Ah ne gestern richtig I got an AVP Der Rest geht fischen Tobi du gehst mit raus mit Steven Und action Da lag Fishing Mittlerweile sollten die Obwohl Verlieren ja ganze Zeit Obwohl doch mittlerweile sollte sich einer eine Arbe leisten können Und wer weiß Oder ein Auto-Sniper Der Autoknipsel Aber ich nur zuerst schließen Steven Ja Ich sehe keinen Wo ist denn der andere da? Waren die beide da draußen oder was? Wollt ihr einfach auf A gehen? Wir kommen dann durch Main rein? Ja Ja Wir gehen A Okay Clear Okay Jo Wentz Ich hör her Ich höre dich Www Was? Benz, Onspot Luch, bring die Aave mit Ja, Ja, Ja Nein, 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 Nein Und die Aave ist weg Oder? Alles sind weg. Na egal, ich hol neu. Nein, gern. Hauptsach letzter. Hauptsach nicht letzter. Ich bin ja erster. Ja, nur zwei Kills auseinander, Digga. Das macht nur dein Clan-Tag aus. Das machen nur meine Assists aus. Das ist viel schlimmer. Boah, so kann ich nicht schießen. Eagle drin. For Main. Hinten geht einer rum, der kommt Harz rein. Durch. Außen, Cat. Ja, wo schießt denn der? Hinter dem roten Container. What? Da drüber ist er. Er kommt von rechts. Außen, Cat, alter. Einer kommt außen, Cat, Steven. Okay, go ramp. Begin ramp. Einer ist Abgang, einer ist Außen, Cat. Das ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt. Go, 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 einfach runter. Einer ist Abgang, einer ist Außen, Cat. So schnell können die gar nicht. Und jetzt gleich plant jetzt. Wenn man nächste Runde ist, heißt wieder AK für mich. Lol. Wolltest du gar nicht rein, oder? Ne, ich hab nochmal gepuckt. Hast du das Wenz gehört? Ja. Fenster. Da hat einer einen TK gemacht. Ich hab ein Assist für bekommen. Ja, ja, 10, Alter. So cool. Das heißt, auf der war an der Rampe, ne? Rampen. Ruhig wohl wieder AK. Du holst AK, dann machen wir wieder einen Outside Rush. Outside Rush. War ja nicht so die beste AWP-Runde hier gerade. Test und aus. Outis, Till. Unten. Oh, Abgang. Ja, Alter. Ich schieße das Geländer ab. Hinter euch. Behind you Flash. Fenster, hinter dir. Oh. Das konntest du nicht wissen. Da geht die Tür auf, Alter. Nein, ihr guckt, weil ihr meint das. Hinter euch. Einer kommt Window. Einer ist Rampe. Ich hör den. On Spot. Stay on time. Wer weiß schon, was er da tut. Very nice. Ja, aber der Face ist zu viel bei sowas. Hast du ja letztens gesehen, wo ich auf eine Millisekunde noch verloren hab? Ja. Ich muss einfach Zeit, Zeit, Zeit. Soll ich euch mal eine Arme legen? Hey, lass es rushen. Ich bin früher irgendwas rushen. Mach mal eine A. A rush. Ey, wir haben 7 zu 0. Der Fug. Oh, die haben einen Minusbonus. Und dann sind der jetzt 5 Arven auf Cat. Boah, stirb, Alter. Bleibt gleich ein Pommes drin. Ich schau, Cat. Ja, schau. Dann guck ich, Main. I'm down, Main. Boom, boom. Cat war was? Main ist auch noch einer. Cat, äh, nicht Cat. Äh, Outside. Main. What the? Der Killsch 2, aber schaffst du es trotzdem keinen Platz zu hören? Was geht denn ab mit euch? Der geht Cat hoch. Selten. Outside City. Boah, kriegt er mich noch, der Huren. Der kriegt das Sternle für Swample. So ist das. Tisch 2 und kriegst nix. Hauptsache, wir hätten letzter. Halt! Ich hab sogar 2 Assists mehr, Susan. Was machen wir? Outside. Outside. G-G. Face. Alter. Meiner, in der Garage. Diese Smokes da am Lagerhaus, die sind voll scheiße ohne Witz. Dann immer selber ge-smoke. Direkt vor in sich scheiße. Ah, das mein ich ja. War ja auch nicht von uns, Alter. Ganz klar, ein Kickman-Header mit 12 HP left. Dunk. Ich hab sogar Kurt hinter mir. Boah, ich bin über- voll. Camp nach hinten. Ah, warte! Ach, Mädels, Alter. Tobi, letzter. Ich hab instant in die Flash reingeguckt. Also, ey, ich hab ja mein Pflicht hier gemacht. Alter, Maul. Ich war so drauf auf dem Kopf, Alter. Ich weiß ja gut. Ich war halt echt drauf. Ich kann nichts kaufen. Ja, ein bisschen Drop. Ich mach schon. Boah, da hab ich schon gekauft. Feuer und Wasser. Yes. Mit mein A. Nee. Ramp. 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 Ich hab grad so in eine Flash reingeguckt, Alter. Ich kann nur um die Ecke flaschen, ehrlich gesagt. Ja, dann flasch ich runter, du um die Ecke. 3, 2, 1. Ich hier die ganze Zeit. Oh, der ist ja. Einfach durch, Gogo. Na, super. Ja, klar, Alter. So viel. So viel zum Einfach durch, Alter. Deshalb, das mein ich, Smokes sind so behindert. Inzwischen, ja. Ja, war nicht nur ein leichter Dast in der Wind. Ich hab Hunger. Ich auch, Leo. Seid mal, still. Mann. Logge hat heute so Nudeln gemacht. So, so mit, so ganz billige, so, 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 jeden Tag Nudeln. Mit so einer Käsesauce. Ich hab... Ich kann wieder nicht kaufen. Kann noch. Krieg in Ahnung. Können Sie doch mal legen. Aber, wir können noch zwei decken. Also, das war's. Wir können nicht droppen. Ja, irgendjemand. Ja, Peace. Ja, Peace. Mach mal. Was? Ich brauch auch... Wollen wir nochmal außen? Ja, nee. Mach mal ein straight A. Straight A. Krieg mir wird's nicht. Hast du was? Hast du eine Waffe, Peace? Ja, ich hab jetzt gekauft. Ich hab eine AK, also. Wenn du was billigeres hast und wechseln willst... Geh die als erstes vor. Ich bin die Bombe. Ich brauch hier einen noch bei Neben-Tür. Ah, direkt rechts oben von der Tür. Main, einer. Ja, Cat, einer, alter. Und fällt halt nicht. Peace, raus da. Steven ist on spot. Einer Main. Äh, Robby. Eben, letzter. Eben, letzter. Zwei. Nice. Boah, ein Headshot durch das Ding durch. Aber da haben sie schön verzogen, beide. Ja, dann... Eko. Keine Ahnung. Ja, jetzt endgültige Eko. Außer Steven. Ja, weil ihr das ja mal viel zu spät ansagt. Äh, wir machen... Keine Ahnung. Straight A, dann ist die Eko schnell vorbei. Okay. Straight A. Boah, drückt er. Ah, ich hab sogar einen gepistelt, Leo. Sehr gut. Einer ist Main. Wer schießt denn auf mich? Ah, einer Cat, einer Main. Ich hab ja meine zwei Pflicht. Ja, du hättest schon einfach die Bombe blenden können. Klar, wenn du überall was schießt, Mann. Du hast doch nur wieder ne Xen, gibst doch zu. Ich hab gedacht, weil der mich von der Cat Instant weggefarmt hat. Schöne Eko, Mädels. On spot. Schön. Nice. Geile Eko, Alter. Gut, dass du ihn kauft hast, Steven. Ich weiß. Panius. Ähm. Hm. Sollen wir nochmal einen Outside machen? Outside. Outside, aber ich würd dann sagen, wir gehen nicht runter, wir gehen dann auf A drauf, weil damit rechnen sie nicht. Outside, then go to A. Main. Steven, unser Bot. Stehen geblieben, ja. Genau die Smokes meine ich. Alter, die sind so ekelhaft. Four Main. Warte, oh, lauf. Ich bin übervoll. Nein. Alter, ich bin fast down. Achso, ihr geht bei A rein. Ja, warte, warte auf der Deal. Loll. Einer ist Ding drin. Drin. Da raus sie down. Einer ist Pommes drin. Ah, einer ist, wenn es links. What? Hitt dich, Alter. 94. Hätte es ja rück mal hitten können, den Typen. Hammer? Nee, ich hab 94 abzogen. Ich bin ein Peace Crack, ich töte nicht. The cake is a lie. Ich hab natürlich nicht viel gemacht, Leo. Ja, ich mein, auch fast. Fast zählt nicht. Ja, das stimmt. Mach mal einfach ein straight A. Nichts gegen dich, Tobi. Ah, was? Ah, hier dieser Kallhahn. Ist schon in Ordnung. Ich weiß, ich bin special, ich hab Ruffy, die, und Monkey, Alter. Ach. Ja. Ah, da kommt ein Nade-Deck. Bleib Pommes. Ich bin auch genaded, Alter. Ich bin in Pommes. Alter, von wo? In Pommes. Eine Lobby. Ein Nade-Main. P90-Bopp. Ah, ah, ah. Lobby last. Kommt Tür, glaub ich. Ist nach T raus. Alter, ich hab einen von euch durchabgedeckt abgeschickt. Und jetzt bin ich gestorben, deswegen. Weil ich zu lower P war. Ich hatte 15 und tappt. Können wir noch mal sagen? Sorry, Leo. Ich kann dir. Wir machen das gleiche nochmal. Hast du schon? Der Frag war wichtig. Hast du? Hallo. Nee, ich hab noch nichts. Hey, gern. Danke. 10, 4, Alter. Das ist auf T. Die müssen noch kotzen, Alter. Na, auf jeden. Rot und Wasser weinen. Doch, nee. Keine smoke, Alter. Einer noch. Der steht direkt vor euch, aber ihr könnt ihr nicht sehen. Nein, wir müssen rein. Hey, wir müssen uns angewöhnen, wenn da eine Smoke liegt, Alter, nicht da durchzurennen, sondern irgendwie was anderes zu machen. Ja. Leo, sag dir immer, der Plan ist der Plan. Was sag ich? Der Plan ist der Plan. Ich geh ranter. Algoramp. ETFO. Plan ist, legt eine Smoke nicht drauf. Wer ist eigentlich dieser komische Psycho-Puppenspieler, bla? Du Karsten. Du Zugzug-Schauer. By the way, ich hab ein Diffuse-Kit. Falls ich sterben sollte, pick it. Sehr gut. Outside Smoke, outside, outside. Hallo? Nummer 3, hab ich gesehen. Bombi ist draußen. Dann verschiebe ich nach unten. Noch keiner unten. Alter, einer ist geboostet. Zwei geboostet. Ach so, auf dem Silo sind sie. Auf dem Silo sind sie. Spielt mal defensiv. Probier von hinten ranzukommen. Mainwand, ist die, ne? Er weiß es. Ja, Uwe. Fuck up. Two, eight, seven. Three, two, one, down. Und so. Ich kann's eigentlich nur von hinten abfischen. Aber schnell. Das ist ein Friend. Kobi. Der da rusht. Kann's auch nicht mitrushen. Einer wenns. Das ist nicht deine Stelle Hab ihm nur 14 gegeben Ganz klar Also gut, alles zurück Auf Anfang Bei sowas Einfach nicht stupide, alle zusammen drauf Mit absprechenden zusammen drauf Das war von drei Seiten gleichzeitig Komm nicht, dass einer von drei Seiten genutzt Einer war outside Einer ist gepusht Auf Main On Main Kommt rein Ja Steven, wir müssen From Main Du Main Sauber Einer noch Main Gelegen Gelegen Fuck Victor Wie ein Pferd Mach mal schnelles Ende Das habe ich zum Donnie vorhin auch gesagt Und dann ist einfach durchgerusht Und alle gekillt Und die Runde war vorbei Outside flash Outside flash Outside flash Wir können doch nicht nur outside gehen Outside flash Ich glaube, das ist gepusht Hinter rot Flächenrampe Was ist der secret? Treppe runter Oh, einer outside Und gibt mir einen one Three outside Going Main 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 Die letzte No Alter, war der veraimt Der legt Von unten, oder? Ja Der ist neben mir statt Einer noch Was? Das ist der gute Manchmal wünschte ich mir Ich wäre ein normaler Mensch Sauber Nice Schön, Nerdy So muss das Nerdy Was? Hab ich echt geaset? Ja, stimmt Hab ich echt geaset Den von Steven habe ich angeschossen Also zu Ende geschossen Hast du weggesprengt mit Arnate Ja So muss das Geaset Wenn jemand ne Waffe droppen Ne, Alter Ich hab 500 Dinger Jo Hier, nimm die Oh Dafür lieb ich dich Aber nicht das mit mir ins Bett Will ich Nee Das wär dann zu viel Der 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 Bro Romance Heißt das Ich schmeiß ne Brand Geh Oh Einer war outside Flashen Einer ist gepusht Ne ne ne, hier flashen sie grad Hey f*** dich alter Smokin Outside Outside und Main Pushed, one is down Einer ist runter Scheiße was mach ich jetzt Eben nicht viel weg BTV Hm Sind die schon runter gegangen? Ja Sagt auch zwei sind runter Na die leben doch auch alle alter What? Da krieg ich nen One Shot So gings mir auch weißt du die lacken immer rum Das gibt's nicht Der schlechteste er kommt um die Ecke hält nur drauf Ich will nicht mehr outside ich bin da so schlecht alter Jaa Ich muss Eko machen Ja ich hab auch Eko Machen wir's rushen Round Roulette Round Roulette Rush outside Passt auf ist auf jeden Fall immer einer gepusht Da ist noch einer Schön Da ist es vorne einer rechts Da geht auch einer rechts Weißt du, wie soll ich denn die P– Hinten noch Weiß Hinten Vom Abgang ja aber weiss da kann ich nichts dafür dass sie einfach reinlaufen ach so ihr habt die bombe ja klar dies ist so ziemlich die schlechteste position in meinem leben je gesehen war auf dem silo saß auf dem silo auf bei b und jemanden sich ja nämlich ich schmeißen die brandstiefe hauptsache net letzte hauptsache net letzte hauptsache doppelt so viele punkte wie der schlechteste ich bin von pies eigentlich von den kissen es ist nicht weit weg dass sie schon mal wie sie selten ich so kommen rampe haben aber schon nahe drin super smoke was draußen ja oben auf silo not hard silo silo behind red behind red oh und geht wo? two main weisse main oben drauf obendrauf obendrauf einer war Pommes ich bin weg Steven übrigens ich auch stoppte rund ja alter du einer man even letzter deine runde ich hab auch noch gesehen aber ich hab echo hallo 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 ich hab gekauft ja nur mal zwei ja ich kaufe auch noch mal wir rushen da jetzt einfach wir rushen jetzt da durch okay wer ist denn mit mir outside hieß du oder? ich bin in der main ja ja dann lass mal zusammen in outside pushen okay what? ich kann doch nicht nur Anshots kriegen was ist denn jetzt schon wieder los? die lacken rum was das Zweikelt man gepusht zwei gepusht einer Silo einer Dach hä man immer dieses rumgelacke von dem Wichser alter einer ist im Lobby einer Türraum vorbei bop ist bop ist ok es ist zu late ähm round roulette eco round roulette ich pack's auch nicht zur Zeit gehen wir nuke t übelst ab aber ct geht gar nix mehr diese scheiß franzacken jeder stoßen franzos alter genau jeder schuss n russ überhaupt voll jeder tritt n brit alter die anderen sind a glaub ich ja top ja macht sinn weil bob down ist ne einer Tür Tür boah was ne nix am Messern unten hat ey alter ganz konzentriert spielen aber der war schön man warum konnte der nicht Downа gehen also alles zurück hans konzentaced Kann jemand bitte outside gehen, Eagle für mich? Boah, Eagle, Eagle gleich? Leo, Leo oder? Nee, Alter. Ja, ich mach, ich mach. Hast du eine HE für meine Posi? Ja, klar. Alles klar. Ich hör Lobby, was laufen. Ja, Lobby, Tür, einer schließt. Alter, da hab ich dir noch's Leben nicht mehr gerettet. Die Flaschenrampe. Gegen Insta. Eine outside, one outside. Bot ist echt gut. Ja, Steven, verschieb du mal. Ja, okay. Ja, ihr müsst auf A. Ach, auf A? So, auf A. Wait, wait, Bot. So viel jetzt mit euch. Pommes. Hinter Pommes. Krieg dich hinter Pommes. On-Spot. Ander ist an Richtung Vans, Steven. Ja. Oh. Alter, gibt's doch nicht. Dreckige Franzose, Alter. Ja, let's concentrate again. So, ich hätte mir eine Auge kaufen sollen. Ich hab nur eine Flash, Steven. Wir könnten so spielen, Steven. Du kannst dich links ums Eck rum. Du eben standest und ich geh wieder hoch auf die Pisten. Ja. Boah, A, wer aus? Boah, ich bin überall voll auf. Dash, Leo. Nein, bei outside. Nein, bei outside. Was die hier auf Rampe machen, sind immer irgendwie nur Fakes, Alter. Ich hab's outside. Fack. Nein, bei outside. Schön, Steven. Ich hab ne Flash stein, ich muss Reloaden. AWP Ja, das war so klar 3 gegen 4 Ist der schon mal auf A? Ja, die sind auf A Wotthats unter Kontrolle Aber Bombi ist aber noch nicht da, Vorsicht Verschiebt wieder zurück Von outside kommen Kann durchaus sein Er legt Eines Fenster Fenster AWP Fenster AWP Window AWP Fordy Window AWP last AWP down Take the AWP 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 Er nimmt sie Ivan, ich bin dafür, dass du sie in dem Schoen Igel gehst Du bist der beste AWP Echte Danke, Steven Give me that AWP I give you, AK Behind you Ah, Leo Was? Eine M4, please Ne, geht bei mir nicht mehr, gar nichts Ich hab noch nicht gekauft gehabt Okay Bammers, Küder Sollts nicht blocken Ich muss als erstes da sein Aufm Weg Also du spielst da, Steven Wer ist dann mit der Ram? Niemand Ich bin schon da, Tobi Ah, da kommen sie halt schon, Alter Draußen hab ich einen gesehen Einer aus Tür Wenigstens den ersten, der wegkattert Ruhe Ruhe Oh Boah, schreck mich doch nicht so, Alter Schön Schön Fuck Wo sind denn die? Eine Ramp Eine Ramp Ich denke, er geht zurück zur Radio Ja, zurück zur Radio Ja, zurück zur Radio Oh, der ist A A aufspot Mann Ein One on one I love you Very good Spot very good Na, ich kann mir eine Arbe kaufen, von daher Er wird halt immer nur Bot genannt, der Arme Er wird halt immer nur Bot genannt Er heißt ja auch so Heo, wenn du weißt, wo ich hingehe Wohin? Sorry, Top Ich gehe wieder ums Eck rum Achso, P90 Ich bin trotzdem auf meiner Posi Gut Kommt was Draußen ist einer, da und zwei Da war dahinter Traut sich aber nicht raus Würde ich auch nicht an seiner Stelle Draußen ist einer Komm, 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 zeig dich du Werder wie noch nie in deinem Leben, Alter Ach komm, Leo, ich hab noch 13 AP left Dann steht defensiv Einer ist auf der Tür Und dann lässt du ihn Bombenramp Dann ist der nach unten gerannt French noobs, French fries Hast du das gesehen, Leo, wie ich mal rüber bin gesprayt Und dann rennt der French fuckers French fries Das Und Und stop Auf Auf auf